Ich lasse dich in. Sehr gut. Mach hier erst mal auf. Einfach nur, weil das der Prisoner rum ist. Hier ist nichts? Ne, da ist nichts dran an dem PC. Komische Perus. Warten stehlen auf einmal nicht mehr richtiges. Ich muss mal gucken und gucken. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen. Ja, das brauchen wir. Da ist es. Genau. Ja, das ist super. Das, was ich habe, brauchen wir als nächstes. Oh, das war genau ein Raum davor. Das habe ich. Ich bin da. Gut. Perfekt. Das weiß ich nicht, wo das ist. Das müssen wir erst suchen. Wo muss ich hin? Wo ist der Alarm? Also nicht. Aber back. Muss erstmal das hier deaktivieren. So. Da runter müssen wir. Da runter. Hier. Okay. 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 Ich habe CE, D5 oder 29. 29 schattest du irgendwo. Wunderbar. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Das ist nichts. Das ist auch nichts. Verdammt. Mach mal die Tür auf, bevor das Virensystem zurückkommt. Äh. 1, 10, 5, 8. Ja. Dann. Weil hier ist halt überall nichts drin. Und die Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass es in dem hier so weit vorne ist. Das muss irgendwo weiter vorne, vorher gewesen sein. Zurück? Ja, denke ich auch. Mach mal. Ich deaktiviere hier mal das Programm wieder. Wie komme ich jetzt an dem wieder vorbei? Das ist mein Problem. Deswegen mal der Klick, kann man es treffen? Bleib mal hier. Ich gehe mal auf eigene Farce zurück und schaue, ob ich es finde. Ja. Ne, du. Das sind nicht mehr hier. Ne. Ich habe die einzigen PCs, die noch da waren. Wir müssen weiter. Ja. Ich habe die einzigen PCs, die noch da waren. Ich habe die einzigen PCs durchsucht. Wir müssen in die andere Richtung weiter. Okay. Dann kommt das noch. Okay. Ja, wir bist nur an dem Ding vorbeigekommen. Dann scannt ihr es. Ja, unten rum. Okay. Wenn du schnell bist, es pingt abwechselnd die eine und die andere. Richtung. Ja, ich weiß. Also, weil du vorhin so gejammert hattest, dass du da nicht vorbeikommst und ich es abschalten musst. Ja, da war die Firewall noch nicht offen. Ich konnte nur oben rum. War nicht. Da. Okay, du hast es. Dann nimmst. Pass auf den Ander auf. Okay. Okay. Jetzt müssen wir runter. Die geben mir keine Punkte. Ne, die geben mir überhaupt keine Punkte. Äh, hier hin. Hier. Kannst du öffnen? Großrechner. Komm zum Großrechner. Ach so. Äh, 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 äh. Diesmal Vorsicht kurz. Okay. Ich verhärg. Oder du machst das. Mach du doch. Mach du doch. Omega, Trident, E und das. Wunderbar. So, jetzt. Brauchen wir die drei Streifen aus der Hölle. Hm? Die drei Streifen aus der Hölle. Die drei Streifen aus der Hölle. Ich bin an der Tür. Ich bin an der Tür bereit. Ah, meinst du? Also, wieso meinst du, wir sind an einem, wo wir schon waren? Ja, ne. Wir sind keinem, wo wir waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf geht's. Allerdings müssen wir ein System umgehen. Okay, ich bin an der Tür. Ja. 64. Irgendwo hattest du die 64. Ich bin mir ziemlich sicher. Naja, hattest du nicht. Verdammt. Ich bin mir verschaut. 44? Hast du 44? Und ich. 38. 040. Vorsicht. 060. 060. Da ist er. Da ist er. Was suchen wir? Wir suchen die drei Striche. Die drei Striche aus der Hölle. Na da, ich muss erstmal das ja deaktivieren für dich. So. Also hier wohl nicht. Ne, wir haben hier. Also hier ist das O mit dem Strich durch. Naja, aber das bringt uns nichts. Hier komm ich irgendwie rein. Ohne Problem. Lustig. Da hinten ist noch eins. Was warst du da hinten? Ja. Das ist das L auf dem Kopf stehend. Okay. Das dritte. Das wollen wir auch nicht. Das dritte ist ein viertes haben wir. Erstes und zweites fehlen uns noch. Hm. Ne, ja. Das ist richtig. Da machst du hier auf. Ja. Oh. Da kommt eine. Ist die vorbei? Hier wird ein bisschen lahmlos, oder? Moment nicht. Hier habe ich es. Na, das hat irgendwie keine Farbe. Ich habe hier gleich das zweite. Ich glaube das könnte es sein, aber es hat keine Farbe bei mir. Okay. Das zweite? Ja. Die anderen waren ja woanders. Die waren vor und ich gehe zurück und mache das schnell. Warte. Darfst du das alleine? Ja. Ich denke das war. Ich glaube ich weiß noch wo es war. Hier ist das eine. Genau das andere war, wenn ich nicht irre, unten rechts davon. Du musst mal nochmal zu dir. Ein Versicher ist sicher. Hast du? Ich sah dieses O mit dem Strich durch. Das war in diesem Raum. Ja. Da ist es. Ja. Ah. Du musst sogar zu mir. Ich bin gerade hier. Ah wunderbar. Ich bin unterwegs. Moment. Sagen wir mal kurz mal in meine Nase schnäufen. Oh. Kommen sie rein, kommen sie rein. So. Soll ich machen? Drei Striche. Mach du diesmal. O mit einer Welle. O mit einer Welle. Das L auf den Kopf. Und der da. So. Haben wir. Zwei von drei. Kommen wir weiter. Hier ist eine Tür. Warte. Ah ok. Keine nützliche. G-Store was not useful. Oh. Dann erstmal nicht. Oh super. Wo muss ich hin? Wo ist er? Ne nicht hier. Anders oder andere Seite irgendwo. Oh. Oh. Fuck. Kann nichts machen. Du musst mir die Kamera raus machen. Der Kerl ist da. Komm nicht hin. Jetzt. Unterwegs. Komm. Bewege dich. So. Jetzt. Ja. Erfolgreich. Oh. Das war knapp. Ja. Sehr. Und äh. Machen wir doch mal die Kamera so aus. Ich kann sonst nichts machen. Genau. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Der Raum ist useless. Gut. Dann geht's da runter. Ah. Hier ist der Dreieck. Hier ist ein blaues Dreieck. Das ist vierte. Ne, das dritte. Mal. Ich muss erstmal hier haben. Wir müssen diesmal aufpassen, weil 32 verflucht ähnlich sehen. Ah. Hier ist das rote Dreieck und das blaue Dreieck. Das ist das rote, das ist das letzte. Das ist das letzte. Da ist nix. Hier ist nix. Machen wir mal hier auf. Ja. Was tust du? Nichts? Ah. Jetzt. Aus meiner Sicht springt mein Player so komisch auf und ab. Teapackst du mich gerade? Nein. 1D wackelt bei dir gerade da glaube ich. 1D. Ja. Da ist nix. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Uhhh. Hier ist noch so ein komischer. Ne, da ist aber nur ein Osterraum. Vielleicht hier? Irgendwo muss eine Firewall. Ah. Hier ist eine Firewall. Hier oben. Wer war das aus? Hier haben wir... Hier haben wir... Hier ist den. Den haben wir. Den hab ich auch. Das ist deiner. Das ist deiner. Genau. Du hast den. Ich muss mir die Firewall da rechts an der Wand anmachen. Ja. Ich versuch's. Vorsicht. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Deckt mich nicht. Ich bin zu gut. Okay. Firewall ist offen. Gut. Boy. Willst'n Kaffee? Okay. Dann schauen wir mal. Also jetzt nächstes das blaue Dreieck. Das war... Ne, wir haben nur das rote gefunden. Wir haben doch nur das rote gefunden, oder? Ne, ne. Das blaue war hier oben. Achso. Warte. Und das rote ist hier. Sehr gut. Dann... Ey, das ist ja schon das letzte. Dann haben wir's ja gleich. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch zum Server. Der ist... Wo ist der? Oh, ne. Okay, jetzt vorsichtig sein. Ich bin grad irgendwie falsch. Muss anders auch noch. Wie sagt man? Nicht vor der Klotür in die Hose scheißen. Ja, ja. Komm, warte mal. Das war nicht gut. Komm noch nicht rein. Da ist... Da ist äh... Mr. Panda. Der tut. Ja. Jetzt könntest du versuchen. Ach, da hoch muss ich. Oh nein. Oh, er hat mich erwischt. Ich bin an der Tür. Mussten dann irgendwie... Ist da irgendwie ein Telefon oder irgendwas? In dem du mehr lücken könntest? Ne, ist nicht. Ne, ist nicht. Kaffee höchstens. Ne gut, dann müssen wir so... Beobachten wir, mein Ruhe ist ein Patrouillenweg. Läuft er jetzt runter? In dem Moment jetzt müsstest du hinter den Schreibtisch. Dann haben wir am meisten Zeit. Warte auf seine nächste Runde. Und wenn er quasi vom Server steht, dann links abbiegen... Ne, ist alles gut. Jetzt, jetzt machst du's. Mach'n K... Auf geht's. Wo bist du? Das... Das ist das mit dem Strich. Dann haben wir drei... Oh, fuck. Erfolgreich. Haha, zu spät! Zu spät, Kollege! Zu spät! So, drehst dich so mit erhobenen Händen um... Do what you want. I already won. Naja... Zu spät, mein Gutster. Ich hab Ups bekommen. Für was war Ups? Weiß ich nicht. Seh ich noch nicht. Seh ich ja nicht, was Ups ist. Das ist meine neue Fähigkeit. Ist das das My staffing auf JONCUT? owned pendentoniert! iezαι. Lasst mich selbst zusammen... Inhaltes Uber. Wie sagt man, wir können lieber was das titles